Sie sehen das Video Internetquellen bewerten aus der Reihe Informationen bewerten. Das ist Anna. Sie studiert an der TU Berlin und schreibt gerade eine Hausarbeit. Sie sitzt in der Bibliothek Wirtschaft und Management und sucht bereits eine ganze Weile nach geeigneten Internetquellen. Da es ihr schwerfällt einzuschätzen, welche Internetseiten sie verwenden kann, wendet sie sich an die Bibliothekarin Frau Müller. Frau Müller kennt das Problem. Jede Person kann Inhalte ins Netz stellen. Das Internet ist deshalb ein riesiger Datenpool aus inhaltlich und qualitativ sehr unterschiedlichen Quellen. Internetsuchmaschinen finden aber nicht alle Informationen. Sie basieren auf einem sogenannten Crawler. Das ist ein Suchroboter, der URLs einsammelt und speichert. Informationen, wie sie in Datenbanken enthalten sind, können oft nicht erfasst werden. Hinzu kommt, dass bestimmte Informationen zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr auffindbar sind. Das passiert beispielsweise, wenn Webseiten verändert werden. Außerdem basiert die Reihenfolge der Trefferliste bei Internetsuchmaschinen auf unbekannten Algorithmen. Qualitativ hochwertige Informationen zu identifizieren, wird dadurch nicht gerade einfacher. Anna fragt Frau Müller, welche Bewertungskriterien sie an Internetquellen anlegen kann. Frau Müller antwortet Anna, dass sie zunächst den Autor oder Betreiber eines Internetauftritts in Hinblick auf dessen Kompetenz und Glaubwürdigkeit analysieren soll. Das heißt konkret, sind Kontaktdaten angegeben, hat der Autor einen akademischen Titel, ist er an einer angesehenen wissenschaftlichen Einrichtung beschäftigt, betreibt eine wissenschaftliche Einrichtung die betreffende Website. Darüber hinaus soll sich Anna fragen, für welches Publikum die Internetseite verfasst wurde und ob Zielsetzung und Zweck der Veröffentlichung erkennbar sind. Wichtig ist auch, wie aktuell die Information im Internet ist. Das Erstellungsdatum einer Website, Updates sowie funktionierende Links geben Hinweise darauf. Anna möchte mehr darüber erfahren, woran sie den wissenschaftlichen Charakter einer Informationsquelle erkennen kann. Frau Müller erläutert, dass ein hoher Detaillierungsgrad der Sachinformationen, eine logische Gliederung und nachvollziehbare Argumentation, eine richtige Rechtschreibung sowie ein sachlicher, neutraler und objektiver Schreibstil auf einen wissenschaftlichen Ursprung einer Internetquelle hinweisen. Außerdem haben wissenschaftliche Quellen keine oder aber eine klar abgegrenzte Werbung. Anna recherchiert gerne in Wikipedia. Sie möchte von Frau Müller wissen, ob es sich dabei um eine wissenschaftliche Quelle handelt. Frau Müller macht sie darauf aufmerksam, dass jeder Internetnutzer einen Beitrag für dieses Online-Lexikon erstellen oder an einem solchen mitarbeiten kann. Die Identität der Autoren, ihre fachliche Qualifikation und deren Motive sind unklar. Die Inhalte in Wikipedia müssen immer kritisch betrachtet und überprüft werden. Wikipedia eignet sich daher für wissenschaftliche Arbeiten nicht als Zitationsquelle. Das Online-Lexikon kann aber für die Identifikation von Suchbegriffen und für Hintergrundinformationen herangezogen werden. Die angegebenen Literaturhinweise können für die weitere Recherche hilfreich sein. Anna versteht die Kritikpunkte an Wikipedia. Sie freut sich, dass sie nun weiß, wie sie Internetquellen bewerten kann. Sie bedankt sich bei Frau Müller. Frau Müller und ihre Kolleginnen und Kollegen helfen gerne weiter. Sei es im persönlichen Gespräch oder über die E-Mail-Adresse infokompetenz-at-wm.tu-berlin.de Die E-Mail-Adresse Die E-Mail-Adresse